Bulldogge Die Bulldogge hat einen kurzen, gedrungenen Körper und recht lose Haut, besonders am Kopf, am Hals und an den Schultern. Ein weiteres typisches Merkmal ist der große Schädel. Ihr Fell darf gestromt, rot in allen Schattierungen, Falbfarben oder weiß in Kombination mit allen zuvor erwähnten Farben sein. Eine erwachsene Bulldogge misst etwa 31 bis 36 Zentimeter und wiegt 23 bis 25 Kilogramme Herkunft. Bulldoggen stammen von den alten Molosserrassen ab, schweren, doggenartigen Hunden, die in Assyrien, Griechenland, Ägypten und Rom als Wachhunde und zur Verteidigung gegen wilde Tiere eingesetzt wurden. Molosser gab es in verschiedenen Größen. In England wurden die ursprünglich riesigen Molossoidenhunde zu einem kleineren Hund gezüchtet und im Zeitalter der Herrschaft von King John, 13. Jahrhundert, begann seine Karriere als Bullenbeißer. Im Laufe der Jahre entstand der ideale Hund für das Bullbiting. Hunde wurden auf Stiere gehetzt. Zum Glück wurden Bullbiting und Hundekämpfe 1835 in England verboten und Bulldoggenbesitzer begannen mit der selektiven Zucht, um die aggressiveren Elemente dieser Rassehunde zu entfernen und einen gutmütigen Familienhund zu bekommen.